Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Wenn er gesund hat, er würde viel Welle daunen, ob er die Töne nicht scharpe, er schaftet nicht, und dann, der wie in dem Moment lehrt er in der Bode, der Tschetsche, und dort Trübel wurde nicht taurig, dort in Gott seine Hand lehrt. Und wenn wir dort in Gott seine Hand lehrt, dann blieft Eva veranderen. Für uns regt das allein nicht taurig, aber wenn wir dort in Gott seine Hand lehrt, dann regt das taur für uns, sagt die Bibel in Markus Kapitel 8 Vers 8, Wie worden zout, und dann blieft noch viel Eva veranderen, dass die zout worden, und dann blieft noch Eva veranderen, für die nächste Generationen. Die Zee in Gottes Zee, Eva duizend Generationen, das ist ein wunderbare Gott. Weet jy, wann wir mit Gott eind worden, wann wir uns leben in Gott seine Hand lehrt. Und wann wir Jezus anlohde, dass er uns in unsere Hand lehrt, und uns das Schlecht, und das Böse Ruudwalsche Dehrt, und uns ein Reinend Hord gebt. Und dann sage er, Herr, nun, wenn ich mit dir aufschaufe, für die schaufe, für die lehre, alles was ich do, und dann fang Gott das an für uns zu brauchen, ob die Menschen, die Romans Ram sind, die Töne auch alle wird. Gott, die Jezus an! Gott du bist, Gott! Grote und Stoatja und Richa, Gott und du Geist dass es tout reicht für uns und dass das, was du uns geist hast, auch noch reicht für andere Menschen die Ramans Ram sind und dass das noch Ewa blift für unsere Tjenja und Grote Tjenja Halleluja in Jesus' Nome, Amen bei dem nächsten Mal mit Hoffnungsböcchen Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy Töp, moch wie den Nome Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt Kontaktier uns und ja info arroba jesusresponde.com